ein halbes jahr arbeit mit zwischen 12 und 20 leuten liegt hinter uns jetzt hier geht es weiter in diesen drei tagen auf die sich alles konzentriert mit über 500 helferinnen und helfern die uns unterstützen und das wort was mir dazu einfällt ist endlich mein name ist johnny häusler ich bin einer der gründer und veranstalter der republika es ist einfach der allergeilste moment des jahres wenn die türen aufgehen und diese riesen leere halle in wenigen minuten mit euch eingefüllt ist es so schön dass ihr alle da seid hilfe wiebke ich bin wieder im punkt wir haben über 500 helferinnen und helfer hier auf der veranstaltung und diese helfer den ganzen tag durch zu koordinieren im vorfeld diese helfer anzurufen e-mails zu schreiben zu schauen dass sie da zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort ist seine aufgaben findet weiß was zu tun ist das ist eine ganz große herausforderung hier ich bin wiebke und ich kümmere mich mit anderen kollegen hier um das helfermanagement die sind anders ich bin bisher sehr 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 zufrieden die ganzen wichtigen dinge funktionieren die leute sind entspannt wir schaffen dass das die atmosphäre ruhig ist dass viele 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 menschen sich miteinander unterhalten und dann bin ich immer glücklich vor allem auch wenn ich meinen eigenen tor hinter mir habe und jetzt freue ich mich auf die große opening party am heutigen abend was ihr Vielen Dank.